Hellöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich werde es wirklich möglichst kurz machen, damit ihr es kurz habt. Was soll's. Ich bin die nächsten zwei Wochen abwesend. Das heißt, da kommt kein Lego Hobbit oder so ähnlich, sondern ich habe ein Spiel vorbereitet, bzw. der Hannes und ich. Das hat neun folgendes Projekt und das wird dann diese Zeit überkommen. Ja, als Ersatz sozusagen über zwei Wochen verteilt. Ich hoffe, das passt dann und danke fürs Verständnis und danke auch fürs Zuschauen oder eben nicht. Das ist ein Infovideo da. Das ist nicht so wichtig. Tschüss.